Gute Musik Morgen bist du ganz alleine? Hm... Ja... Weil ich bin ungefähr um... ...23.000, dann hab ich keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich schon... Ich schon... Wie nehrt. Ja. Dann gehen wir halt Karotten auch wieder... ...einpflanzen. Kannst du ja über Discord streamen, da könnt ihr dir auch zuschauen. Was? Bitte was? Kannst du ja über Discord streamen, da könnt ihr ja die stolze Rose zuschauen beim Spielen. Wenn sie will. Das ist richtig. Wenn sie zuschauen will. Das ist korrekt. Ähm... Das ist Sion korrekt. Das ist Sion. Meine Deutsche hat mir sehr gehelft. Nicht. Also sie haben noch 31... ...rohes Schwarzmetall. Okay... So... Da haben wir was. Äh... Haben wir noch genug? Oh... Da haben wir auch noch so viel... Oh... Oh... Ich brauche unbedingt Wildschwein. Da... 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 Ähm... Da... 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 Ich glaube die Musik ist eigentlich laut genug, oder? Ich höre nichts. Ich höre keine Musik. Äh... Aber stolze Rose hört es bestimmt. Wenn es hören will. Wenn es ihr Geschmack ist. Meine Schweindeln, glaube ich, haben Hunger. Mhm. Also, dass ich stolz bin auf unsere zwei Loxe. Ist doch gut. Die sie zusammengebracht haben. Ist doch gut, oder nicht? Ja, eh. Äh... Zwei. Da... 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 Oder noch mehr. Wer weiß. Ich muss eh noch einmal rüber. Ich geh noch einmal, dass... Die könnten auch schon gestorben... Die könnten auch schon gestorben sein. Nein, sind sie nicht. Oder vielleicht interessiert es auch stolze Rose, dass wir ja alles schönes haben da drüben. Ja, da musst aber du mitgehen. Ich komm doch schon. Ja, warte, ich muss die... Den Zwiebeln noch fertig. Oh weh, oh weh. Die Karotten kann ich später auch ein. Ich hab eh keinen Platz. Oh weh, oh weh. Hast du wieder alles kaputt gemacht? Hat die Horror wieder alles kaputt gemacht? Nee, ich nicht. Das Wetter. Ich... Fehlende Voraussetzung. Wenn's will, kann man jetzt gehen. No, alles gut. Alles gut, alles gut. Das hab ich denn jetzt wieder gemacht. Ich hab... Zum Schlüssel, den brauch ich eh nicht. Ich hab nur gemeint, ich hab im Hintergrund Musik laufen. Wenn es dir gefällt, kannst du es ja auch zuhören. Ich brauch eh... Hoffentlich ist das... Ist das... Dann fertig. Hm. Und du magst Führung, ja? Und du stehst mir auf dem Deckel. Was? Da haben wir unsere süßen Lachse. Die stehen da rum. Und machen nix. Was? Ah, die anderen beiden sind auch schon ausgewachsen. Echt? Hm. Okay. Umschalt, links. Und, wo sind... Kinder haben wir keine mehr? Nö. Ohhhh. Und hier haben wir... Gott, die haben einen Hunger. Wie soll der Essen schon gehen? Ah, da ist schon wieder so einer da. So ein... ...mies Käfer. So. Uah. Ich brauche... ...Futter. Uah. So. Stolz Heroos ist auch da. Als Tier. So. Aber jetzt. Aber jetzt bist du ein Lachs. Ein sehr schöner Lachs. Ich muss Futter holen. Was gehört? Hallo? Bitte? Stolz Heroos ist bei uns jetzt auch verewigt. Ach so? Hm. Wem hast du noch Namen gegeben? Ja, wir haben... Hopps... Welche meine ich? Ja, wir haben noch... Äh... Hopps... Hero... Stolze Rose... Aber... Wo ist denn... Wo ist denn Holo? Du fehlst scheinbar. Ich fehl? Hm. Da ist da schon mal einer gestorben. Das ist möglich. Deswegen hatte ich auch Loksfleisch gehabt. Das ist aber lieb. Und hallo Mr. Hobbs. Willkommen, willkommen. Willkommen. Wir haben... Zahme Lokse. Bei uns. Und da bist du auch mit verewigt. Ja... Das ist ein richtiges Prachttier. Das ist wieder so... Die sind alle hungrig. Ich weiß. Ich bin ja schon beim Sammeln. Aber wir haben ja nichts mehr da ums Eck. Mal weitersuchen. Mach ich gerade. Hm. Das ist cool. Und es ist auch viel leichter geworden als früher. Oder nicht? Was? Ist auch viel leichter geworden als früher. Mhm. Oder wir sind schlauer geworden. Meinst nicht, oder? So, aber jetzt habe ich dann genug. Für die... Wie viel? Drei? Vier? Keine Ahnung. Vier. Eigentlich hatten wir fünf. Aber einer ist gestorben. Leider. Oder ausgebüxt. Ne, ne. Der ist gestorben. Da war... Da war Loksfleisch. So. Habe ich dann noch hier so was? Ja, und wir haben einen Fooling. Mit... Äh... Speed. Mit was? Mit Speed. Komm, äh... Nö. Brauchst nicht kommen. Der ist ja schon Geschichte. Der hat schon... Der hat schon Geschichte geschrieben. Da ist auch einer. Was ist eigentlich da hinten? Ein Zwei-Sterne. Achso, da ist ein... Teer... Schleim. Ich habe den Zwei-Sterne getötet. Ach, die ist so schön. Ich bin total verliebt in... Was? Okay. Ich habe den Zwei-Sterne jetzt getötet. Das ist gut. Weiter zwei Sterne, das auch? Das freut mich, stolze Rose. Warum liegt da draußen so viel Holz herum? Das ist mein Weihnachten. Das ist mein Weihnachten. Das ist mein Weihnachten. Das ist mein Weihnachten. Und ich habe die Gäste gesehen, Möhr? Hm... Was? Daraus liegt... Da standen... Da standen Werkbank hier. Die stehen da nicht mehr. Ach, okay. Die wurden wahrscheinlich abgerissen. Hm... Hallo, Lox. Sehr schade, dass Du hungrig bist. Ja, ich komm ja gleich. Ja. Stress mich nicht. Doch, Stress, Stress, Stress. Du weißt doch, unter Stress tut mir doch besser arbeiten. So meine Lieben. Ach, du bist da? Oh, ich hab keine Ausdauer. Shit. Da unten im Keller bin ich, du. Da unten im Keller? Ich lebe noch. Ja, da bist du. Also dann gibts dich zweimal los. Ne, ich hab dir ja neu geschrieben. Einen neuen. Oder? Stolze Rose. Geh weg von meinen Dingen. Ich hab Hunger. Ich hab das eingesteckt. Ich schmeiß einfach dir vor die... Oh, davor. So. Was sind das jetzt zum Essen? Wenn nicht, dann nicht. Die sind alle hungrig. Mhm. Ops, Holo. Meine Wenigkeit. Und hier ist die schönste Pracht. Ja, aber jetzt muss reichen. Oh. Komm, hab ich da schon wieder... Ah, ich muss... Ich muss abbauen gehen. Ich brauch Platz. Nicht? Ich krieg da was. Was denn? Ich hab's nachher gehauen. Ich muss was machen gehen. Ach, die brauchen wir doch nicht. Komm. Und wir haben wieder ein kleines. Wirklich? Ja. Cool. Einen Ochskalb haben wir wieder. Aber es hängt nämlich fest. Komm gleich. Ich bin grad bei der Gerste. Mhm. Der sieht echt putzig aus. Sag ich doch, das ist putzig. Weil die sind gut gefüttert und jetzt... ...maß wieder alles. Mhm. Also die oberen zwei sind hungrig. Noch immer? Mhm. Ich hab aber da was Kinkhaut. Ja, der liegt ja auch vor denen. Ich hab's vor die geschmissen. Ja, dann können wir keinen Hunger haben. Oder die Anzeige ist fehlerhaft. Kann ja auch sein, oder? Ja. Weiß nicht nochmal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Von einer Nachtflugbahn. Keine Ahnung. Ein Quartimentar. Oh mein Gott. Du bist wieder voll. Und da kann ich nichts machen. Hallo. Hm. Achso, warte mal. Ich hab da schon wieder Dings eingesteckt. Mit dem fang ich ja nichts an. Was denn? Äh, mit, mit, mit. Quartzen. Schatzmetall. Ja, ha? Was du wollen? Hm? Was du wollen? Feier und machen. Ja, ich mach nur mal das fertig. Ja, das Baby ist sehr süß. Was denn das ist jetzt? Da unten glaube ich, oder? Bitte was? Das, das ist Kalb. Komm. Schreib dir mal ein Stück vor, damit man dich besser sieht. Wie wärs, wenn du das Licht aufdrehst? Was denn? Dein, dein Licht? Ein heller, oder was? Ja, sicher ist dein heller. Das sieht echt putzig aus. Man sieht man, die so klein sind. Ah, nicht abhauen. Hm, das Baby ist echt süß. Und wenn es größer wird, sieht es dann so aus. Der versteckt sich hinterm Stein. Ist halt, ist halt typisch Hopps. Der versteckt sich hinterm Stein. Der wird gar nicht steckt. Hm? Ist nur Spaß. Oder Holo? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Oh, wenn stolze Rose Lust hat mitzuspielen, wird sie mitspielen. Oder nicht? Holo. Es gibt von mir, es kann ja jeder mitspielen. Wie er sagt, ihr habt Lust mitzuspielen, kannst du mitspielen. Richtig. Äh, dann bist du halt nicht allein. So. Das habe ich jetzt. Äh, Gerste. Eine Mischung zwischen Schildkröte und Piesern. Stimmt eigentlich. Der Torge juckt. Was du juckt? Was du juckt, stolze Rose. Wenn du Lust hast, wenn du morgen mit Holo Lust hast mitzuspielen, kannst du mit Holo mitspielen. Weil sonst spielst du wieder alleine. Jupp. Hops schämt sich. Warum schämt er sich? Ja, weil der Luchs, Hops, da hat seinen Schädel im Stein dann stecken. Was? Warum? Keine Ahnung. Ja, ich hab die Erde umgegraben, ja bitte. Schmetter nicht. Schmetter nicht. Speicherwelt in 30 Sekunden. Ich hab's gleich wieder. Mhm. Ich bin's gleich. Äh. Ähm. 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 Er ist stolz Rose, kann nicht mitspielen. Er hat kein PC. Ach so, hm, schade. Vielleicht kann sie bei dir in den Disco zuschauen. Mach's einfach... Vielleicht streamt irgendwer andere morgen. Hm, weiß ich nicht. Ah, da dobeleib ich was von mir. Ich bin eh gleich fertig, ich mach das auch mal fertig. Hm. Äh, und noch? Meine Musik, glaub ich, ist auch schon fertig. Da läuft nix mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, pass. Ist die komplette Playlist durchgelaufen. So, da haben wir noch was. So, jetzt muss ich, wie viel hab ich da? Oh mein Gott, brauchen wir das alles noch? Weiß ich nicht. Ähm. Oder haben wir schon reichlich. Ja, mein, mein Gewand will ich mal noch machen. Ich glaub, da haben wir schon genug zu Hause, oder nicht? Alles nicht. Ähm, wir haben ne halbe... Haben wir das nicht für irgendwas noch? Wir haben ne halbe Kiste voll, glaub ich. Ja. Das ist correct. Ne, wir brauchen das eigentlich für nix anderes ein. Ja, dann mach ich die Hälfte und die andere Hälfte lass ich da in die Kisten liegen. Jo. Ja, das stimmt. Weil Mehl brauchen wir ja immer, ne? Das stimmt. Äh. 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 Die ist legendär. Ach so, der Tobi ist ja jetzt in Urlaub. Hm. Nach zwei Wochen. Der kriegt ein Buhl ein neues. Aber wir spielen jetzt sechseinhalb Stunden. Boah. Ja, schön. Hahaha. Vielleicht spiel ich dann weiter, ich weiß noch nicht. Oh, mir reicht das dann auch schon. Ne. Mir reicht nur lang nicht. Fast sieben Stunden reichen mir. Ist ja fast ein ganzer Arbeitstag. Fast. Aber nur fast. Ich wünsche euch aber dann auch mal eine gute Nacht in Puzzleträume. Puzzleträume, ich werde jetzt langsam in das Bett gehen. Wünschen wir dir auch, stolze Rose. Und wir machen jetzt dann auch Feierabend. Mein Dings ist kaputt. Wenn Holo fertig ist, machen wir jetzt auch Feierabend. Nein, ich kann nicht fertig machen. Aber wir machen trotzdem Feierabend. So. Wie gesagt, das lassen wir da. Hm. Und das nehme ich mit. Aua. Ne, ich geh die Karotten jetzt noch einsetzen und dann... War spannend und schön, uah, Holo. Spannend, naja. Ja, wieso nicht? Die Bootsfahrt war doch spannend. Na, wo war das spannend? Na, die Bootsfahrt war doch spannend. Ob wir einen Crash bauen oder keinen Crash bauen. Haha. Ob du einen Crash baust. Hm. Ich nicht. Nee, dann geh ich jetzt Karotten einsetzen, wenn wir brauchen. Und morgen geh ich dann... Jup. ...Wildschwein und alles jagen. Äh, ja eh, jagen. Ich bin gespannt, was ich dann morgen mach. Wahrscheinlich nicht viel. Ja, und die Zeit, was du da tust, kann ich nicht. Ja, leider. Dann steh ich überhaupt auf. Ich, um 8 Uhr. Bitte? 8 Uhr. Steh ich auf. Nee, nee. Und viel zu zeitig. Ja, anders geht's halt erstmal nicht. Äh. Was nix durch ist, weiß ich nicht. Ob's nix... Ob's nix... Ob's nächste Woche anders aussieht. Ja, und woran kommt das an? Hm? Auf was kommt das an? Auf die Woche. Das heißt auf die Woche. Ja, wie's läuft. Ach so. Magst du einen Versuch, oder was? Gute Nacht, Mr. T und stolze Rose. Gute Nacht, Familie Engel. Schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Jupp. Genau. Vielleicht spielen wir dann was anderes, beim nächsten Mal. Ja, ich hab eigentlich mit Ketten ja eh halt doch was anderes machen können. Hm. Aber... Ich habe nur angefangen. Aber leider nicht. Was heißt leider nicht? Leider haben wir noch weiter gespielt. Ja, dann hättest du was gesagt. Nö, passt ja schon. Nö. War du eh lustig genug. Na ich, äh, trau mich das. Nur das alleine. Nur? Von die Multi, ja. Hä? Brauch ich mir nur das, alleine spielen. Ich glaube, es gibt aber bessere Spiele, als das. Nö. Kann ich mir nicht vorstellen. Bitte. Du was. Kannst dir auch Landwirtschaftssimulator spielen. Den habe ich schon gespielt. Und? Hi. Mein Kind spielt ihm noch immer. Dankweilig, oder? Nee, wir haben eigentlich schön gebaut. Aber ich wollte was anderes machen. Mhm. Mein Kind spielt noch immer das Landwirtschaft. Und am Abend VR-Chat. Ja, wir haben 1680 Stunden gereicht. Landwirtschaft? Mhm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Wie hab ich denn noch? Ähm, zu wenig Platz. Ja, egal. Jetzt geh ich die zwei Strümer richten. Mhm. Ooooooh. Ooooooh. Da liegt auch noch was herum. Schwarz-Metal. Mein Gwand ist... Mo... Vielleicht riecht immer morgen mein Gwand. Mach wie du meinst. Kann man. Spielen tue ich sicher irgendwas. Boah, bestimmt kein Qualheim mehr, oder? Oh ja, morgen schon. Was soll ich sonst machen? Weiß ich nicht. Speedsever hab ich gestern. Da bin ich heute noch kaputt davon. Kannst denn morgen nochmal ne Runde? Na. Na. Nee. Nee. Kein Bedarf. Muss ich mir mehr ausrasten. Was war denn das Schlimmste? Hm? Was war denn das Schlimmste? Was? Was war das Schlimmste? Dass du so kaputt bist. Na das Spielen gestern. 4 Stunden. Fast 4 Stunden. Ich glaub, der andere hat länger gemacht, oder? Wer? Ich hab dem amerikanischen Streamer zugeschaut, der auch Beats selber gemacht hat. Und der hat 12 Stunden... Wie alt war der? Hm? Wie alt war der? Ja, auf sein Ding stand 55 plus drauf. Auf sein Stream. Aber wie alt er genau war, weiß ich nicht. Das glaub ich nicht. Mit 55... Wie viel Stunden? 12? 12,5. Nee. Aber mit Pause. Glaube ich trotzdem nicht. Das hat der Finn gemacht. Einmal. Mhm. Ich hätte gesagt nie wieder. So. Gut. Ich sitze. Ich mach morgen weiter. Ich auch. Okay. Machst du müde schon? Was? Du müde schon. Nee, das war nur... ...so.